Wir führen Haus hoch mit 8 Sternen auf Carmex Vertrackt im Turm. Das ist der dritte der drei Parts. Die letzten Runden, ihr seht ihr Runde 15 von 20. Ich spiele Prinzessin Peach. Ja, es gibt hier viel zu viele Münzen. Es ist eigentlich irrelevant, wie viele Münzen der Stern kostet. Beziehungsweise, man darf direkt immer 2 Sterne kaufen. Ich will gar nicht wissen, wie das in den letzten Runden aussehen wird. So, hier bin ich. Ich bin die Einzige mit 2 Begleitern. Ich werde den Donkey Kong-Würfel benutzen. Eine 10 zu kriegen... Nein. Nein, nein. Eine 10 zu kriegen, wäre schon ziemlich nice. Aber die Chance auf eine 0 ist halt auch sehr hoch. Leider. Macht nichts. Gelb Schlimmeres. Die Pocken zum Beispiel. Was? Fußpilz. Was? Ja. Macht ihr nur. Die können mir jetzt so schnell nicht gefährlich werden. Rosalina drückt Daisy in den Giftpilz ins Inventar. Frauen, ne? Immer hinterrücks giftig. Ja, 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 ja. Und vergesst nicht, wir müssen diese Map auch noch spielen in der Partner-Party. Oh, ich bin gespannt. Meine Berechnungen zufolge bekommen wir dann in diesem Part das nächste Juwel. Das vierte der fünf Juwelen. Ach, ne Quatsch. Das dritte erst. Gibt noch eine beim Rafting. Das holen wir uns zeitnah. Gut, der Witz ist... Ja, ich kann es ja nicht mal verschweigen. Es ist so blöd von mir. Rafting, habe ich ja gesagt, wird ein zusammengeschnittener Part. Und deswegen... Ich will noch was zeigen aus der schwierigen Map. Hab aber zum momentan Zeitpunkt schon aufgenommen. Was die weiteren Wege angeht. Und habe das dritte Juwel schon bekommen. Ihr seht es aber erst in einem späteren Part. Weil ich das ganze Rafting in einem Part klatschen werde. Fragt nicht. Da sollte ich als Ball tun. Das stimmt schon. So, Kettenhund. Vielleicht sogar direkt der nächste Part nach diesem. Das wäre erstrebenswert. Ich glaube doch, doch. Das machen wir so. Also, dass wenn die Partnerparty auf Kamex Turm vorbei ist, dass das halt dann... Das letzte Juwel mit sich bringt. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Ich will es auch noch nicht wissen, was es bringt. Aber ich hoffe, irgendwas Cooles. Ein richtiger Online-Modus. Boah, das wär's. Erstmal Boxball-Bataillon. Schönes Game. Wo wir gerade vom Online-Modus reden. Das ist ja auch in dem Cup gerne mal vertreten. So, stolpert nicht über eure Röcke. Ihr da unten, was ihr wollt. Was ihr möchtet. Immer noch Lack. Jetzt will ich nach unten. Ne, ich bleib unten. Bisher alles perfekt. Immer noch perfekt. Ah, diesmal nicht. Ah, und direkt. Das ist ja mies. So kann's laufen, ne? Die Boxbolde. So kann's manchmal gehen, ne? Schneller, als man gut gegangen. Aber diese Sterngewalt. Ich sag's gerne nochmal. Da kriegt man einfach zu schnell. Die Sterne, die kosten quasi nix. Kriegst immer zwei pro Runde, wenn du oben bist. Es sind eh zu wenig Felder, um mal hinzukommen. Es ist nix Besonderes, einen Stern zu haben. Früher war das richtig gerockt, wenn du mal einen Stern hattest, Alter. Schön, dass die immer sich gegenseitig Münzen klauen und mich außer Acht lassen. Die kämpfen nur noch um den zweiten und dritten Platz. Den ersten Platz haben sie schon abgeschrieben. So, und Daisy hat ja auch schon den Giftpilz reingedrückt bekommen. Das heißt, sie würfelt eine Eins, macht... Was jetzt? Eigentlich muss man im Feld zurückgehen. Eins, minus zwei, minus eins. Ja, gut. Ich bleib dabei. Ein Donkey Kong-Würfel, eine Zehn, wäre schon ein Gdiegen. Obwohl, dann krieg ich halt Coins. Kommt aber trotzdem nicht voran. Nicht wirklich. Nur mit den Begleitern. Ich bin die Einzige mit zwei Begleitern hier. Was wollen wir schönes shoppen? Ja, gönn dir, würde ich sagen. Turbopilz draufklatschen. Yes! Kostet eh nur drei Münzen. Hier kriegst du schon wieder sechs. Das ist einfach dafür, dass du auf dem Feld gelandet bist. Hat ja ziemlich gut an... Also, der Aufbau vom Brett geht eigentlich klar, aber... Jetzt krieg ich einen reingedrückt. Nee, schon wieder nicht. Ich hab Glück, was das angeht. So viel Glück summiert sich. Ist auch mitverantwortlich für... ...meine Dominanz in dieser Party. Ja, zweistellig müssen wir es auf jeden Fall noch machen. So abstrus. Wann hattest du... Wann hattest du in der anderen Mario Party schon mal... Aber ich rede mal von Teil 1. Wann hast du da schon mal so viele... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sterne kosten. Sehen gerade. Rosi auch vier. Aber gefährlich wird mir noch niemand. Sagt er auch Sterne? Oder Stern? Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade, was der Ansager redet. Ja, wenn ich eine 10 bekomme... ...mit Würfeln und alles... ...deswegen machen wir eine 5. Ja, aber... ...das würde ich schon gerne haben. Da würde ich schon unbedingt hin. Gut, aber ein Pompom ist ja auch noch zur Stelle. Müssen wir im Auge behalten. Ja, die regelt das schon. Das wäre... Die kommt doch schon hin. Oha, aber hart. Okay, die Sterne gehören dir. Pompom jetzt eigentlich... ...der hartnäckigste Verfolger. Aber selbst wenn die noch eine Runde dreht... ...noch mal zwei Sterne holt... ...hat sie immer noch weniger als ich jetzt. Naja, gleich sprechen die in den letzten Runden an... ...und dann gibt es irgendwelche Veränderungen. Veränderung! Jetzt wieder 15, ne? Gar nicht so schwer... ...zu prophezeien. Bitte, Kamek, spiel... ...sei niemals verantwortlich... ...für die Lottozahlen, bitte. Das ist zu einfach zu erraten. Entschädel. Ja, man sieht... ...jeden Fleck der... ...oh, ganz oben links nicht, ne? Wie gesagt, das muss das eine... ...da könnten wir doch mal gezielt drauf landen. Machen wir das so? Wir landen einfach mal gezielt auf dem anderen Feld. Wir haben doch eh nicht mehr viel zu verlieren. Klotzkanoniere. Mach das. Ne? Wir haben doch den Würfel dafür. Einfach mal direkt drauf landen. Ja, Mann. Unter damit! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Immer Pompom dazwischen. Die erste Sprichwort von wegen... ...jede sucht sich immer eine hässliche Freundin auszunehmen, der sie gut aussehen kann oder so in der Art. Sinngemäß zumindest, ihr versteht das. Da wirkt Pompom irgendwie. In der ganzen Gruppe so eine hässliche, damit es nichts auffällt. Ja, hiermit, ne? Ja, aber selbst wenn ich gezielt würfel, komme ich ja nicht drauf, oder? Soll ich nochmal Lucky Lucky machen? Die kommt nicht vorwärts, die alte, ne? Naja, ist mir ja recht. So, da ich nochmal schaffe. Obwohl. Achso, die anderen spielen da nicht. Pass auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn ich sechs mache, komme ich genau auf das Aufrufezeichen. Und das mache ich jetzt einfach. Ich habe mich ja wohl nicht verzählt. Und dann, das habe ich eben schon bei den Kollegen gesehen. Bei den CPUs. Die mischen dann auch nicht mit. Die klatschen dann fleißig. Aber ich werde dann wieder zurückbefördert, ne? Magic Cooper Transport. Nach da drüben. Ob es das bringt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht mal so irgendwie so mega geil, der Weg. Die befördert mich wieder da an die Röhre, Mann. Als ob ich da beim Stern rauskomme. Ah, verbündete für Rosie. Aber ich war einfach neugierig. Weil ich gerade auch sagte, wir haben jeden Fleck der Map schon hundertmal gesehen. Den Fleck nicht. Und deswegen bin ich da jetzt hingegangen. Ich kann mir aber was klauen, ne? Die Frage ist, wem soll ich verdammt noch was klauen? Warum sollte ich das? Also wenn ich Pompom-Stern klaue, das ist ja eh Wurst. Die muss ja eh... Ach, ich weiß auch nicht. Münzen klauen ist aber auch Schwachsinn. Jeder hat genug. Wenn ich Sterne klauen sollte. Wem? Wisst ihr? Da jeder genug Münzen hat. Jetzt kommt die auch. Na toll. Da jeder genug Münzen hat, kann sich jeder immer Sterne im Doppelpack kaufen. Der Punkt ist... Alle drei müssten mindestens zweimal noch nach oben. Wenn ich aber Daisy oder Rosalina einen Stern klaue, müssen die dreimal nach oben. Das ist der Punkt. Was? Runter von Roulette? Okay, cool. Das Spiel ist nice. Habe ich bisher noch nicht so oft gehabt. Ich kann mal ruhig einfach mal mit chillt stehen bleiben. Ach Jochinski, der macht da direkt einen Abflug, ne? Ich würde angemessen finden, gegen den Ohrzeigersinn hier zu rennen. Oh shit. Oh shit! Ging am Ende nicht so oft. Die standen im Weg und ja... Und ja, einfach nur. Ging am Ende nicht so oft. Als Rosalina. Wie gesagt. Ja. Pom Pom hat mehr... Hat einen Stern mehr, aber müsste genauso häufig nach oben. Und das schafft die ja eh nicht mehr. Aufgepasst! Es sind nur noch drei Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuellen Platzierungen. Peach ist auf dem ersten Platz. Pom Pom folgt auf Platz zwei. Platz drei gehört Daisy. Und Rosalina ist auf dem vierten Platz. Puh, spannender geht's nicht. Er wird wohl gewinnen. Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Oh, ich dachte es wäre Carmack, aber nein. Hallo Leute, ich bin's Lakito. Rosalina wird die Partie nach dem Rückstand drehen. Ich bin mir dessen wahrscheinlich eher ziemlich sicher. Irgendwie haben die bisher immer den Letztplatzierten dazu ausgerufen. So Leute, hierfür erhält Rosalina folgende Belohnung. Milz... Milz... Münz-Laut-Falle. Ja, schon wieder das. Ist ja nicht so, dass man das alldauernd hat. Oh mei, oh mei. Wir nähern uns dem Spielende. Aber es kommt noch besser. Auf blauen Feldern gibt es ab sofort zehn Münzen. Kann man sich zwei Sterne kaufen, wenn man nur einmal auf dem blauen Feld gelandet ist? Warum? Boah, drei Sterne. Das verändert die Sachlage natürlich. Da müssen wir doch eher Pompom klauen, wenn es dann drei gibt. Ja, da kann jetzt natürlich noch was gehen. Das stimmt. Ich muss wirklich auf den Donkey Kong setzen, dass ich da jetzt mal zehn Felder laufen darf, weil sonst komme ich da nicht wieder hoch in den letzten drei Runden. Geld ist genug da. Zehn Münzen für ein blaues Feld. Also langsam. Langsam hört es mal auf, oder? Also bitte. Pass auf. Du nimmst auf jeden Fall schon mal das. Und den Donkey Kong-Würfel. Komm schon. Eins. Oder ein Drittel Chance. Jawohl, na endlich. Und die noch? Das sind dann 15. Das läuft. So. Und ich werde zuallererst mal Sternklauen. Ja, dann ist es Pompom. Weil die drei Sterne auf einmal kaufen könnte. Das ist natürlich jetzt voll ungeil. Der Witz ist, die kann mir gleich auch wieder Böses tun. Das befürchte ich sogar. Es geht da nur um einen Stern. Der kostet 30 Münzen, Mann. Sterne erhalten. Früher waren es 50. Bei Buhu zum Klauen. Ja gut. So, und jetzt meine 15 Felder. Ich hätte mir schon gedacht, dass ich da rauskomme. Das ist der Punkt. Natürlich kaufen wir uns auch weiterhin den Turbopilz. Und wenn hier noch die Abkürzung über den Steinblock. Ich meine, ich habe keine Angst oder so. Aber ich will ja zumindest nur mal sicher gehen. Schon wieder nicht auf mich. Ich habe Luck, was das angeht. Das muss ich einfach mal betonen. Könnte mir das Leben schwerer machen. Aber auch wenn es Zufall ist, trifft es immer die Person mit den meisten Münzen nicht. Ob so viel Zufall ist es doch gar nicht. Ich sage ja nur. Und was ist du schönes Shoppen? Ihr könnt euren Münzen klauffallen. Ihr gebt doch selbst Geld dafür aus. Das ist so bescheuert eigentlich. Was bringt das, wenn man auf jedem verdammten Feld noch mal... Jetzt bin ich gespannt, was die machen wird. Irgendwo macht ihr eh nur Verlust mit eurem Rübergeschubse. Warum neun? Warum neun? Nicht sehr souverän, aber was? Die kann sich auf jeden Fall leisten. Ich denke schon, die wird sich zurückklauen, wa? Ja, das ging... Ja, natürlich. So ist das halt. So ist das Leben eben. Es wird auch mal Regen geben. Einfach nur legitim. Ich wäre fast enttäuscht gewesen von der CPU. Von der KI, wenn das nicht so gelaufen wäre jetzt. Sterne halten! Gut, Pompom willst wissen, ne? Ist ja ganz klar. Übernimmt Platz 2. Kommst du aber nicht viel weit. Wir haben eh noch ein Minigame, aber ich bin schon... Na gut. So viele Runden sind es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass du nochmal hochkommst. Trotz Goomba. Ich kann dir einen Ort zeigen, an dem nicht ständig andere auf dir rumstampfen. Ich werde auch gleich ehrensicheren Würfel nehmen. Also ich hätte jetzt einmal die 10, aber das kann ich nicht... Ne, ne. Wieder die Fuzzies! Ja, da muss ich ja keine Angst haben. Da sind die Computergegner irgendwie total Banane. Die können nix! Nur die Staaten kommen in den Garten. Warum? Habe ich gerade voll die Probleme. Habe ich falsch gehalten oder so? Später mache ich die Aussicht. Ist das dein Ernst? Bin da hängen geblieben irgendwie? Weiß nicht. Sonst habe ich immer gelobt, dass es so gut kalibriert, aber diesmal war es nicht so geil. Ne, was soll's. Das liegt jetzt nicht am plötzlichen Unvermögen. Irgendwie habe ich die Steuerung gerade nicht. Vielleicht habe ich falsch gehalten, als das Minispiel losging oder so. Ich habe keinen Plan. Kriegst du zwei Münzen oder nur acht Münzen für ein geschafftes Minispiel. Kriegst zehn Münzen auf dem Feld und acht Münzen, wenn du Minispielärster bist. Was ist denn? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich verteidige das Spiel immer gerne, aber das ist doch einfach sinnlos, das so zu verteilen. Du musst dir die Münzen verdienen. Schaffst du keine Mini... Das sind die Minigames fast irrelevant. Und die wollen alle da lang am Kettenhund und im Laden vorbei. Dann schaffst du es vielleicht nicht mehr. Aber weißt du was, ist mir auch egal. Naja doch, mit dem Würfel packt es in der letzten Runde. So, ich bin am Zug. Ähm, ich nehme... Ja, welchen nehme ich denn? Waluigi. Der Peach ist mir noch lieber. Peach Würfel. That item. Waluigi, der ist auch... Ne, Minus Münzen und so. Also die Münzen sind mir egal, nur ich komme da nicht vorwärts. Das ist der Punkt. Bei Peach ist aber auch eine Null drin, das ist der Punkt. Okay, cool. Alles Roger in Kambodscha. Ich muss so gar keine Angst hier, gar keine Panik schieben. Ach Leute, sag mir doch, wie viel ich noch... Ne, das wird nicht mehr reichen. Sachen gibt es. Ja gut. Bezahle zwei Coins oder was? Mindestens zwei. Jo. Die KI will da nicht lang. Brauche ich nicht hoch. Wie gesagt, ich kenne das von... Von Yoshi. Dem Yoshi-Brett in Mario Party 1. Und das kommt... Die Leute halt direkt... Die Münzen so hoch machen, dass du nicht mehr wechseln kannst. Wenn du einmal 30 Münzen einzahlst, muss jeder mindestens 31 Münzen geben, um vorbeizukommen. Und dann geht das nicht mehr. So, drei Sterne. 45. Das ist natürlich happig, weil ich habe jetzt auch... Ne? 15 Münzen ist das Höchste, was ein Stern hier kosten kann. Drei davon. 45 Coins. Das ist... Tja. Ein teurer Preis, aber... Ich wollte zweistellig werden und habe jetzt 11 Sterne. Also bitte. Ich erreiche einfach meine Ziele. So sieht sie aus. Jetzt 5, ne? Für die nächsten. Ist klar. Ne, 10. Ne, 10. Weil die eine kommt ja noch vorbei. Die vorletzte Runde. Ganz viele bunte Hunde. Die steht laut, nur gegenseitig. Außer es geht um Sterne. Wenn es um Sterne geht, werde auch ich beklaut. Mit 11 Sternen brauche ich jetzt wirklich nicht mehr auf meinem Thron bangen hier. Eben hatte ich ja mehr Sterne als Münzen. Und das will etwas heißen. Aha. Aha. Brauchst du das? Na ja, gut. Er hat ja nicht den anderen Würfel, dass er sicher ist. Also die können schon... Lazy und Rosalina kommen beide wahrscheinlich noch zu den Sternen. Können sie noch welche kaufen. Aber es reicht halt einfach nicht mehr. Aber es ist interessant, dass sie wahrscheinlich in der letzten Runde nochmal absahnen dürfen. Ich hätte mich schon beschwert, wenn es in den letzten drei Runden zwei Sterne da oben gäbe. Ich meine, du musst ja auch alle bezahlen, aber... Ist ja so sportbillig. Was ihr von einem Münstlauf fallen habt, ey. Das werde ich nicht begreifen. So, hau raus! Wart ihr bitte. Bombenstimmung! Team-Minispiel. Wenn es sein muss. Ich weiß, dass ich einfach weitergeben. Zum hoffentlich richtigen Zeitpunkt. Okay. Die K ist ja noch bei mir drin. Team Pompom ist noch stark vertreten, ne? Jetzt ist es interessant. Drei Teams. Einfach mal schnell jetzt möglichst weg. Was anderes habe ich hier gar nicht davon. Da konnte ich nix... Da konnte ich halt nix machen. Nichts zu ändern. Nichts zu ändern. Mensch, ärgere dich nicht. KI, ärgere dich nicht. CPU, ärgere dich nicht. Ja, Bonus-Sterne werden noch verteilt. Da geht es noch um die Ehre, aber ich habe halt die Befürchtung, dass ich... Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich die... Nein, ich habe nicht die meisten Münzen verdienende Minigames, beispielsweise. Ja, die macht jetzt auf 6 und um auf Nummer sicher zu gehen. Legit. Legit. Was macht die? Was macht die? Moment. Die will auf... Die will auf ein Riesen-Peschfeld kommen? Was ist das denn? Das ist eine Farce. Das ist doch random. Das ist doch... Kannst du mir nicht erzählen, dass ein Computer auf sehr schwer, aber auf sehr stark, so einen Scheiß macht. Du kannst nur verlieren auf ein Riesen-Peschfeld, okay? Was soll das denn? Der hätte damit auf Nummer sicher gehen können, den Stern zu bekommen. Oder die 3 Sterne. Und stattdessen geht die freiwillig völlig bewusst auf ein Riesen-Peschfeld? Was sagt mir dazu? Das ist doch bescheuert. Also langsam. Also bitte. Also... Da fällt mir... Das ist doch... Wozu? Das ist ja nicht mal... Manchmal kannst du hinterfragen, warum macht man das? Aber das... Ist doch nur hirnrissig. Das ist doch nur Schwachfug. Oh! Schon zum zweiten Mal. Und diesmal... Gibt's auch nur Münzen. Ja gut. Das wäre doch das Super-Go gewesen. Kicken wir auch einen Stern oben drauf. Das verstehe ich jetzt wirklich. Da sieht das aus, als hätte ich einen Plan. Wirklich. Ihr habt das ja gesehen. Ich würde es am liebsten irgendein Andy-Cube-Entwickler vor die Nase halten und fragen. Was soll das? Das muss doch mal... Das muss doch jemand mal sehen. Ja. Mit dem Spiel nicht genug Zeit gegeben, oder wie ist das? So, Rosalina will noch Zweite werden, sehe ich. Weil Pompom will's ja nicht. Pompom geht lieber auf ein Riesen-Pechfeld. Ich konnte gar nicht mehr reden, so habe ich mich gar nicht aufgeregt, weil das so unverständlich ist. Ich weiß, die kann nicht mehr gewinnen, aber das ist doch... Da geht man doch noch nicht absichtlich auf so ein Fuck-Feld. Never mind. Never mind. So, dann haben wir es gleich geschafft. Die Parts sind echt lang geworden, vergleichsweise. Das wäre echt wünschenswert, wenn es noch eine Map gäbe, aber ich glaube, das hätte ich schon erfahren. Also für alle Juwelen zum Beispiel. Kriegen heute noch ein Juwel. Und wir waren siegreich. Ihr müsst meines Wissens nicht mal die Bretter gewonnen haben. Bei der Partner-Party habe ich bisher alle abgeräumt. Aber in der klassischen Party habt ihr ja selbst mitbekommen. Euch sind die Gründe bewusst. War das nicht Pompom vorhin? Wer war das? Daisy war das, Entschuldigung. Daisy war natürlich so bescheuert, nicht Pompom. Die kriegt jetzt die Karte, darf sie aber nicht mehr einlösen. Letztes Minispiel. Alle gegen Daisy. Hat sie auch verdient. Also wirklich. Für den Schwachsinn. Oder die trachtet nach dem Minispiel-Stern. Boah, ich was? Warum kenne ich das nicht? Als ob. Ich glaube, ich habe das nur in Eins gegen Drei auf dem Vaterprüfung gezockt. Und nicht andersrum. Na gut, noch eine neue Erfahrung hier für mich. Ach, ich habe nur eine begrenzte Anzahl. Oh, wie bescheuert. Ich dachte... Damit habe ich nicht kalkuliert. Ich dachte mir, ich sperre jetzt den ganzen Weg ab. Dann kann die sich nicht mehr fortbewegen. Das ist ihr Masterplan. Die kriegt jetzt Bonus-Sterne dafür. Aber trotzdem wäre es, selbst wenn die einen Bonus-Sterne dafür kriegt, sinnvoller, drei Sterne da zu holen. Wie gesagt. Wo sind meine Blutdruck-Tabletten? Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Dieses extravagante letzte Abenteuer ist hiermit abgeschlossen. Was für ein sternreiches Finale das doch war. Da sag ich dir was. Wir hätten nun gewonnen. Dann gehen wir mal durch, welche sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt ja wirklich einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Münzen-Bonus. Der Münzen-Bonus. Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat. Bonus geht an Peach. Ernsthaft? Gut, war mir nicht klar. Hat sich nicht so angefühlt. Flitzer-Bonus. Der könnte auch mir sein. Die meisten zurückgelegten Felder. Die anderen sind so gekrochen, ne? Der Bonus geht auch an Peach. Okay, jetzt rockt's. Jetzt rockt's. Habt ihr den Blick von Daisy gesehen? Der Verbündeten-Bonus. Auch ich? Obwohl, nee, Moment. Andere haben auch zwei. Achso, alle drei, ne? Peach war mit Waluigi verbündet. Nur an mich? Radlich nicht. Die anderen hatten doch auch zwei Begleiter. Ach, ich will mich nicht beschweren. So weit, so gut. Wer hat denn nun gewonnen? Trommelbärbel. Drücken die ernsthaft noch die Daumen? Diesmal geht der Sieg an? Pom Pom! Nein, Daisy! Äh, ich meine, durch Rosalina! Äh, was? Was steht denn hier auf meinem Zettel? 14 Sterne. Und damit doppelt so viele wie die Zeit platzierte. Warte mal. Erhaltende Münzen. Also auf dem gesamten Spielbrett. Auch die Goldblöcke zum Beispiel und sowas. Vor allem Daisy und... Rosalina im Gleichstand. Minispielen habe ich den meisten gewonnen. Da habe ich gewonnen. 120 Felder zurückgelegt. Grafik wird auch interessant. Jederzeit Haus hoch überlegen. Sensationelle Zehen spielen sich ab. Ernsthaft. So, dann kriege ich hier noch ein paar Punkte. Und das Juwel. Sehr gut. Du hast alle Spielbretter von Mario Party abgeschlossen. Ich muss fast weinen, Vorhörung. Durchhaltervermögen trotz größter Hindernisse. Das ist ein Beweis wahrer Beharrlichkeit. Zum Lohn verleicht dir das Beharrlichkeitsjuwel. Es leuchtet, als wenn Flammen darin loderten. Super cool. Juweler halten. Unser erstes Juwel gab es ja für die Beat-Bühne. Das zweite für den Pfad der Prüfungen. Ja. Ich muss ja gestehen, der Part mit dem Rafting kommt noch, weil der Rafting-Part ist ja zusammengeschnippelt aus vielen verschiedenen Parten. Ihr habt vorhin schon erzählt, ne? So lange ist es schon wieder her. Ja. Und ihr seht ja oben, König Bob-Omp und Blooper habe ich ja leider nicht siegreich abschließen können. Vielleicht hol ich das mal bei Zeit nach. Du hast es Bekarrlichkeitsjuwene halten. Die Musik hat sich damit verändert. Und auch dunkel ist es geworden. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man weitergekommen ist. Bin ich gespannt, was noch passieren wird. Ist Rosalina wirklich? Allein der Wasserkopf von Rosalina. Warum? Was ist denn da los? War das nie so klar, dass die so viel größer ist. Ganzen Kopf größer. Ja gut. Das wäre es für heute. Der Part ist lang genug. Beim nächsten Mal, wie gesagt, Rafting schließen wir ab, damit das mal seine Richtigkeit hat. Danke fürs Ansehen und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag bis dann und ciao!